hallo minecraft herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft sky factory ich habe die letzten tage nichts aufgenommen weil ich viel zu beschäftigt war aber ich guck mal dass ich jetzt was ist hier denn passieren ist ja geil also wir haben ja mega ressourcen gekriegt das ist wirklich großartig ich bin kurz auf hey ok wir werden uns heute darum kümmern dass wir das ganze mal nehmen wir wollen noch ein leadstone energy cell bauen haben wir das ich glaube haben zu wenig lead bekommen lead 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 so und das tun wir da rein weil ich möchte das alles ein bisschen nach hinten platzieren auch gott hier habe ich noch einen hofen gravel doch hier habe ich schon ein leadstone energy cell ok wenn wir die haben dann brauchen wir noch kabel kühlen 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 man ist nicht aufschönen kühlen 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 Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Ich hau mal den Gravel nochmal in den Crusher. Nicht Crusher, in den Hammer. So, dann müssen wir Conductive. Gravel. 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 Meldung. Dann kriegen wir das. Gebacken. So. Aluminium noch mehr. So. Das haben wir auch fertig. Ich hab da gar keine Salatzelle mehr dran. Bin ich doof. Ich wundere mich gerade, weshalb das Ding nicht mehr arbeitet. Dabei hab ich die Salatzellen abgebaut. Sehr intelligent. Boah. Nicht runterfallen. So. Kontaktkriegbeinder haben wir auch. Dann können wir uns jetzt Kabel machen. Die Energie führen. Und dann können wir hier alles eigentlich abbauen. Also das hier kann man wegmachen. Das hier auch. Das auch. Mh. 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 So. Alles mal einfach hier rein sortieren. Wir müssen uns auch genau überlegen, wie wir das da hinten bauen. Was steht denn da wieder für einer rum? Der Bergarbeiter wahrscheinlich. Dem ist wahrscheinlich langweilig. Ähm. So. Nein. Ich glaub, die Hisse reicht überhaupt nicht. Zank. Jetzt sind wir noch ein paar Kanten. die Summen man sich irgendwie Platz schaffen können die ob er büsche setzen wir mal hier rein und wenn können wir auch mal noch einmal und das krass zeug das schmeißen wir jetzt und hier wird ein bisschen Platz haben nun so kann man so ist denn nicht okay kontaktiv beinahmen jetzt genug also den lassen wir jetzt mal noch durchrennen das hier bauen wir jetzt mal ab sehr gut also wir müssen den koppelchen müssen platzieren wir müssen alles umbauen eigentlich im moment wir können hier mal noch die die Seitenlänge fertig machen 7,8,9,10,11 12,12,13,14,15,16,17,18,19 hier hinten würde ich gerne die Salatzeilen hin platzieren und das passt jetzt erstmal ich muss ja dran denken dass ich hier sowieso tiefer sitze da vorne geht ja eine Treppe nach oben oder warte mal ich habe heute Nacht überlegt ob es denn kann sie tun die gibt sogar die ist nämlich ein bisschen besser ein eine Million eine Million eine Million eine Million Wie viel hat die Energy-Sendung? 400k. Egal, wir machen das jetzt mal mit der Energy-Sendung. Konfig. Ja, da kam eine Telefonate zwischen. Der ist jetzt rechts. Was ist der hier? Aber ich glaube, die Eingabe muss gelb sein. Äh, die Ausgabe. Die Eingabe nicht. So, müssen wir mal die Solarzellen abbauen. Warum lecken das jetzt wieder? Gerade war es gut. Und... Und... Die Eingabe muss gelbini sein. Und... Die Eingabe muss gelbini sein. Die Eingabe muss gelbini sein. Die Eingabe ja. Das ist jetzt wieder... ich kann nur 211 rotig machen ja also orange ist output ok wir fangen auf der Seite an da kommt dann der Lava Generator hin der Lava Generator kommt hoch am Ende steht auf jeden Fall der Sieb warte mal ich muss mir erst das Konzept überlegen wie ich das genau bauen will ich würde sagen ich gehe hier mit den Kabeln durch so dann habe ich hier nämlich Platz um irgendwelche Kisten oder so aufzusetzen die kommt da hin so und vorne ist der Output genau die machen wir auch noch da hin ich weiß gar nicht wie viel die abgeben 16 nur ok ok das passt also hier kann es theoretisch dann weitergehen mit Energieversorgung schauen wir mal ob wir nicht irgendwo Opsborn haben da hinten da müssen wir ein bisschen aufpassen Autosieb kommt sagen wir mal hier hin das Autosieb ist die letzte Instanz das heißt die hier brauchen wir dann nicht mehr so zwischen Autosieb und da kommt der Hammer hin so ok dann brauchen wir hier noch ein Level der Aus ist können wir mal in das reinhauen Sand er geht hier nicht durch verdammt der bleibt hier drin das ist gut gut ok mhm das ist auch mehr oder weniger nur ein Provisorium was ich hier war habe ich so das Gefühl das ist okay okay K Warum lecken das? Ja, auf jeden Fall passt es so, jetzt müssen wir gerade mal gucken, ob wir noch ein bisschen, ähm, wie heißt denn das Zeug? Das dauern wir uns eigentlich nicht, Transparenode haben wir noch und ich wollte eigentlich jetzt, ähm, den Kabel-Generator auch noch umplatzieren. Und Alois-Melder können wir auch mitnehmen. So, gut, also ich denke wir kommen hier voran, wir platzieren das alles nach und nach um. Moment, machen wir das jetzt mal so. Ich gebe ein bisschen der Kingstone rein. Hä, ist der Harvester jetzt mit einem Redstone-Signal geschalten? Äh, der Hopper. Sieht so aus. Und es lag, man. Warum? Ach nee. Connection lost, timed out. Okay, dann war es das für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Minecraft. So, jetzt werden wir uns wieder bei MyCraft. So, dann� ich gerade auf meine Crafts. Vielen Dank.